Lady Colin Campbell behauptet, Prinz Harry habe sich im Streit um Meghan Markle mit Scheidungsanwälten in Verbindung gesetzt. Die britische Königsfamilie scheint keine Pause von dem ständigen Strom an Dramen und Kontroversen zu finden. Gerade als es schien, als würden sich die Spannungen zwischen Prinz Harry, Herzogin Meghan und dem Rest der Royals abkühlen, tauchte eine Bombenbehauptung auf, die die ohnehin schon wackelige Ehe des Bares bis ins Mark erschüttern könnte. Vor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für Updates. Laut Lady Colin Campbell, einer prominenten britischen Prominenten, Autorin und ehemaligen Ich bin eine Berühmtheit, holt mich hier raus. Der Kandidat Prinz Harry hat sich heimlich Entscheidungsanwälte gewandt und angedeutet, dass er und Meghan auf eine Trennung zusteuern. Wenn dies zutrifft, würde dies das Ende einer der am meisten diskutierten königlichen Ehen in der jüngeren Geschichte bedeuten. Lady Colin Campbell ist für ihre intimen Kenntnisse der britischen Königsfamilie bekannt und hat mehrere Bücher über deren Privatleben und Beziehungen geschrieben. Sie behauptet, Quellen in der Nähe des Palastes zu haben, die ihr Insider-Informationen über die Spannungen zwischen Harry, Meghan und dem Rest der königlichen Familie geliefert hätten. Die Kluft zwischen den Sussexes und dem Rest der Royals wurde in den letzten Jahren gut dokumentiert. Seit Harry und Meghans Bombeninterview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021, in dem sie eine Reihe vernichtender Vorwürfe gegen die Monarchie erhoben, liegt zwischen dem Paar und dem Buckingham Palace ein Streit. Die Beziehungen erreichten Anfang des Jahres einen neuen Tiefpunkt, als die Sussexes zu den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Königin Elisabeth II. nach Großbritannien reisten, von den offiziellen Veranstaltungen jedoch weitgehend ausgeschlossen waren. Berichten zufolge waren Harry und Meghan zu mehreren hochkarätigen Feierlichkeiten praktisch nicht eingeladen, was zu Spekulationen führte, dass der Streit so schlimm sah wie eh und je. Die Scheidungsgerüchte, nun behauptet Lady Colin Campbell, dass die Spannungen so weit eskaliert seien, dass Prinz Harry in aller Stille begonnen habe, seine rechtlichen Optionen für eine Scheidung auszulöpten. In einem auf seinem Kanal veröffentlichten YouTube-Video erklärte Campbell, dass seine Quellen bestätigt hätten, dass Harry Kontakt zu Scheidungsanwälten gehabt habe. Mir wurde von zwei Leuten mit dadelloser Integrität gesagt, und ich habe nicht den geringsten Zweifel an ihrer Wahrhaftigkeit, dass Harry mit Scheidungsanwälten in Kontakt stand, sagte Campbell. Sie erkannte weiter, dass die Entscheidung zur Trennung größtenteils von Meghan getragen wurde, die mit dem Leben in Großbritannien und der königlichen Familie zunehmend unzufrieden ist. Meghan hat beschlossen, dass sie raus will, behauptete Campbell. Harry macht natürlich mit, was sie will, da er sie liebt. Die Implikationen, wenn diese Enthüllungen wahr wären, hätten sie seismische Auswirkungen nicht nur für Harry und Meghan, sondern für die gesamte königliche Familie. Eine aufsehenerregende Scheidung des Paares würde zweifellos eine neue Welle der Boulevardpresse auslösen und dem Ruf der Monarchie noch mehr schaden. Darüber hinaus würde eine Trennung wahrscheinlich die erbitterten Spannungen zwischen den Sussexes und dem Rest der Royals wieder entfachen. Harrys Beziehung zu seinem Bruder, Prinz William, ist bereits angespannt und eine Scheidung könnte einen noch größeren Kalt zwischen ihnen treiben. Es stellt sich auch die Frage, was mit den beiden kleinen Kindern des Paares, Archie und Lilibet, passieren würde. Sorgerechtsstreitigkeiten und Unterhaltsstreitigkeiten würden sich mit ziemlicher Sicherheit in der Öffentlichkeit abspielen und das Leid der Familie verschlimmern. Es ist wichtig anzumerken, dass die Behauptungen von Lady Colin Campbell weder von Buckingham Palace noch von den Sussexes selbst offiziell bestätigt wurden. Beobachter des Königshauses stehen Kimpels Zuverlässigkeit seit langem skeptisch gegenüber, und einige haben ihr vorgeworfen, unbegründeten Klatsch zu verbreiten. Darüber hinaus haben Harry und Meghan keine öffentlichen Erklärungen zum Stand ihrer Ehe oder einem möglichen Scheidungsverfahren angegeben. Das Paar ist in Bezug auf sein Privatleben bekanntermaßen zurückhaltend und könnte sich auch angesichts solch dramatischer Gerüchte dafür entscheiden, diesen Ansatz beizubehalten. Letztendlich bleibt das Schicksal der Ehe von Harry und Meghan ungewiss. Obwohl die Behauptungen von Lady Colin Campbell sicherlich Aufmerksamkeit erregen, sollten sie mit Vorsicht betrachtet werden, bis konkretere Beweise vorliegen. Eines ist jedoch klar, das Drama um den Herzog und die Herzogin von Sussex ist noch lange nicht vorbei.